. . . . . Hallo, Leute. Schaut mal, das hier ist Cookie. Dahinten ist Abea. Und ganz dahinten sitzt auch noch Miss Marple. Sind die drei nicht super, super süß? Also, ich find schon. Da kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass die kein richtiges Zuhause haben, oder? Ich bin hier im Tierheim Starnberg und hier werden jedes Jahr um die 130 Miezen hingebracht. Warum und wie die hierher kommen, was hier mit ihnen passiert und vor allem, wie sie wieder ein neues Zuhause finden, das erfahrt ihr in der heutigen Sendung. Aber erst mal gibt's, ihr habt's schon geahnt, die Quizfrage. Die Auflösung gibt's wie immer am Ende der Sendung. Ich mach mich jetzt noch ein bisschen besser bekannt mit den drei und für euch gibt's ein paar Infos. Jedes Jahr werden in Deutschland rund 130.000 Katzen in Tierheimen abgegeben. Die meisten finden innerhalb eines Jahres ein neues Zuhause. Aber eben nicht alle. Hier im Tierheim Starnberg leben zurzeit 20 Katzen. Maximal 50 kann das Tierheim aufnehmen. Tanja ist die Katzenbeauftragte. Ja, Tanja, erzähl mal. Warum kommen denn die Katzen überhaupt bei euch ins Tierheim? Da gibt's ganz viele verschiedene Gründe. Manchmal sind die Katzen ausgesetzt worden. Manchmal müssen die Besitzer umziehen und können die Katze nicht mitnehmen. Manchmal kommt's auch zu Tierhaarallergien. So gibt's ganz viele verschiedene Gründe. Was ist denn die Geschichte von Cookie hier? Cookie kam zu uns ins Tierheim, weil die Besitzer sie leider nicht mehr mitnehmen konnten. Sie mussten umziehen. Wir hatten Cookie schon zweimal weitervermittelt. Aber Cookie wurde leider unsauber, hat in der ganzen Wohnung alles vollgepieselt. Und so kam Cookie wieder zu uns zurück. Bei uns allerdings geht Cookie ganz brav aufs Katzenklo. Und wir haben jetzt entschieden, Cookie nicht mehr weiterzuvermitteln. Sie darf bei uns bleiben. Oh, woran kann das dann liegen, dass sie da alles vollgepieselt hat, weil sie sich nicht so wohl gefühlt hat? Genau, genau. Das kann sein. Oder vielleicht waren auch kleine Kinder mit dabei. Viele Katzen mögen keine kleinen Kinder, weil die einfach zu viel Unruhe reinbringen. Und Katzen haben wirklich ihren eigenen Charakter. Woran kann ich denn erkennen, dass die jetzt vielleicht lieber ins Tierheim gebracht werden sollte, weil sie keinen Besitzer hat? Also wenn eine Katze stark abgemagert ist oder äußere Verletzungen hat, dann auf jeden Fall einpacken, ins Tierheim bringen oder direkt zum nächsten Tierarzt. Gibt's denn bestimmte Stoßzeiten, wo besonders viele Katzen zu euch gebracht werden? Ja, es ist tatsächlich so, in den Sommermonaten, da haben wir einen Regenzulauf, weil die Besitzer in den Urlaub fahren, nicht wissen, wohin mit den Katzen. Und so bekommen wir viele. Aber ist das denn wirklich notwendig, nur wenn ich jetzt in Urlaub fahre, dass ich dann meine Katze ins Tierheim bringe? Nein, natürlich nicht. Man kann ja im Vorfeld die Nachbarn fragen, ob die vielleicht sich um die Katze kümmern. Oder es gibt auch Tierpensionen. Jetzt lerne ich noch mehr Katzen kennen. Je nachdem, wie sie sich untereinander vertragen, sind die Katzen im Tierheim zu mehreren untergebracht oder allein. Wie diese Mieze hier. Hallo, wer ist das denn? Das ist die Felicitas. Felicitas, hi. Die ist aber auch ziemlich zutraulich, oder? Ja, das ist eine ganz Süße. Die ist im Straßengraben nach den Weihnachtsfeiertagen gefunden worden, hatte nur noch ganz wenig Körpertemperatur. Sie war lange in der Tierklinik gewesen. Wir haben sie jetzt aber wieder gesund gepflegt und jetzt sucht sie ein neues Zuhause. Oh je, das ist aber eine traurige Geschichte. Aber jetzt scheinst du wieder putzmunter zu sein, hm? Ja, das ist eine ganz Verschmuste und eine ganz Liebe. Oh Gott, die sind wirklich lieb. Sind denn bei euch alle Katzen so zutraulich? Ich bin ein bisschen überrascht. Ich dachte, die sind eher ängstlich. Also wenn die Katzen bei uns reinkommen, dann sind sie in der Tat wirklich ein bisschen ängstlich, verschüchtert und mit ganz viel Liebe und Zuneigung kriegen wir sie aber fast alle zusammen. Spielen ist auch sehr wichtig. Bei den Tierheimkatzen steht das deshalb täglich auf dem Stundenplan. Ein schöner Job. Was das Gassigehen bei den Hunden ist, ist wirklich das Spielen, die Zuneigung bei den Katzen. Und natürlich brauchen die Katzen auch täglich Futter und Wasser. Und einen Toiletten-Dienst. Das ist eklig. Lecker. Das hier ist Sheila. Sie ist zehn Jahre alt und muss täglich gebürstet werden. So, Sheila, komm mal her. Komm mal hier hoch. Oh, die mag das. Kann das sein? Ja, die liebt es wirklich sehr. Shilas Fell sieht deswegen so komisch aus, weil man die Haare abrasieren musste. Ihr Fell wurde eben nie gebürstet und war total verfilzt. Aber keine Sorge, die Haare wachsen schnell wieder nach. Ich bin eine alte Schmuse-Katze. Hallo. Das ist unser Misku. Misku, ein Kater? Ein Kater, genau. Der Misku, der war lange bei uns in der Krankenstation. Der hatte nämlich einen sehr hartdenkigen Hautpilz. Man sieht es jetzt hier auch noch an kahlen Stellen am Fell. Jetzt ist er aber gesund. Und jetzt darf er hier bei uns erst mal noch ganz gesund werden. Und dann suchen wir auch für ihn ein schönes Zuhause. Oh, der sabbelt aber ein bisschen, kann das sein? Ja, der Misku, der hat gar keine Zähne mehr. Die sind ihm ausgeschlagen worden. Also der hat auch ein ganz schön schlimmes Schicksal hinter sich. Boah, ist das gemein. Aber er kommt damit wirklich gut zurecht. Er kann trotzdem ganz gut essen. Wie läuft es denn eigentlich ab, wenn jemand eine Katze bei euch abgibt? Zum einen entweder kommt die Polizei vorbei und bringt uns die Katze. Oder aber sie werden von irgendwelchen Leuten gefunden, die Katzen. Dann kommen die zu uns. Wir entwurmen die Katzen erst. Wir entflohen die Katzen. Und dann kommen sie in die Quarantänestation. So lange, bis wir sie dann impfen können. Quarantänestation, kannst du mir die mal zeigen? Ja, natürlich, klar. Tschüss, Misku. So, jetzt sind wir in der Quarantänestation. Und die Tanja hat mir jetzt so ganz lustige Überziehschülchen gegeben. Warum das denn, Tanja? Das ist dazu da, dass wir keine Krankheiten von drinnen nach draußen tragen, weil die Tiere, die jetzt hier untergebracht sind, die sind noch nicht geimpft und auch noch nicht entwurmt und entfloht. Wir schauen uns erst mal den Gesamtumfang an von den Katzen. Ist irgendwie eine Verletzung zu sehen? Dann lesen wir den Chip aus. Und dann wird auf jeden Fall entwurmt, entfloht und dann auch geimpft. Jetzt zeige ich dir, wie wir das machen mit dem Chip auslesen. Und das ist jetzt eine ganz eindeutige Nummer. Hier unten? Genau. Wenn eine Katze so einen kleinen Chip unter der Haut trägt, kann man also ganz leicht herausfinden, zu wem sie gehört. Das bedeutet, als Katzenbesitzer sollte ich meine Katze auch unbedingt chippen lassen. Denn wenn sie mir verloren geht, dann könnt ihr zum Beispiel den Chip ablesen und den Besitzer zuordnen. Und dann muss ich nicht zu Hause sitzen und um meine Katze weinen. Genau. Also ganz wichtig ist chippen und dann auch registrieren lassen. Da ist nämlich dann so, dass jedes Tierheim und auch jeder Tierarzt und auch die Polizei können diese Chips auslesen und können dann nachvollziehen, wo die Katze hingehört. Die Mütze ist jetzt auch schon wieder so verschmust. Kommen denn nicht auch mal ganz wilde, scheue Katzen zu euch ins Tierheim? Ja doch, da haben wir auch gerade welche und zwar hier unten. Hier drin haben sich zwei sechs Monate alte Kätzchen versteckt. Die waren noch nie beim Menschen. Die sind wirklich im Reitstall geboren worden, im Stroh. Und genau, die müssen das jetzt erst lernen. Kann man die denn so zahm bekommen, dass man sie noch als Hauskatze halten kann? Ja, allerdings dürfen die Katzenbabys dann nicht zu alt sein. Also so ab einem halben Jahr ist es dann schwierig, die tatsächlich noch an die Menschen zu gewöhnen. Aber jetzt in dem Alter ist es kein Thema. Um die Kleinen an Berührungen zu gewöhnen, benutzt man am besten zuerst einen Stab. Denn je größer der Abstand zum Menschen, desto kleiner die Angst. Mit der Zeit kann man sich immer näher herantrauen. Und irgendwann klappt das Streicheln auch mit der Hand. Sagen wir mal, die zwei sind natürlich jetzt besonders süß. Könnte ich die denn jetzt einfach mit nach Hause nehmen? Nee, so schnell geht es nicht. Am besten ist es immer, wenn die Interessenten zwei-, dreimal bei uns im Tierheim vorbeischauen, damit wir vor Ort einfach schauen können, ob die Chemie stimmt zwischen beiden, zwischen den Katzen und den neuen Besitzern. Und dann ist es auch ganz wichtig, dass die Katze einfach die neuen Besitzer besser kennenlernt. Auf der Tierheim-Homepage kann man sich schon zu Hause für eine Katze entscheiden. Im Tierheim selbst wird dann geschaut, ob künftiger Besitzer und Katze zusammenpassen. Wenn ja, wird eine Gebühr von rund 100 Euro an das Tierheim gezahlt. Darin sind die Unkosten für Impfung, Entwurmen und Chippen enthalten. Außerdem muss der neue Besitzer Futternäpfe, Körbchen, Kratzbaum und Spielzeug anschaffen. Die Tierheim-Mitarbeiter checken im Vorfeld ab, ob das neue Zuhause auch wirklich katzengerecht ist. Bei Freigängern, also den Katzen, die nach draußen dürfen, sollte auch keine stark befahrene Straße in der Nähe sein. Macht ihr denn auch eine Nachkontrolle? Ja, eine Nachkontrolle machen wir immer bei Freigängerkatzen. Das heißt, wir warten so vier bis sechs Wochen, wenn die Katze bei den neuen Besitzern eingezogen ist, fahren dann vor Ort dorthin und schauen uns das an. Wie geht es der Katze? Ist sie gut genährt? Wie sieht das Fell aus? Ist sie zutraulich zu den Leuten? Genau. Wir haben vor Kurzem zwei Katzenbabys vermittelt. Da könntest du die Nachkontrolle machen, wenn du möchtest. Ja, super gern. Hier bin ich richtig, bei Sibylle am Ammersee. Hallo, Sibylle. So, da sind sie schon. Hier wird schon fleißig gespielt. Ja, genau. Wer sind denn die beiden? Die beiden sind Nelson, das ist der Kater. Und Nelly, die kleine Schwester. Erzähl mal, Sibylle, wie ist es dir mit den beiden ergangen? Haben sie sich gut eingelebt? Ja, sie haben sich sehr gut eingelebt. Gleich von Anfang an eigentlich haben sie sich hier ganz gut wohl gefühlt. Wir haben auch ein kleines Filmchen gedreht darüber, wie sie hier so angekommen sind und aus ihrem Käfig raus gegangen sind. Ja, und sie waren eigentlich gleich ganz neugierig. Die fanden das total toll, dass sie nicht mehr in so einem kleinen Käfig im Tierheim sitzen mussten und haben gleich alles erkundet. Also ich muss sagen, der erste Eindruck ist schon mal super. Aber ich hab von der Tanja hier so eine Checkliste bekommen. Und jetzt würd ich einfach mal schauen, ob du alle Kriterien erfüllst und es den beiden Miezen bei dir gut geht. Gut. Los geht's. Okay, gesund. Gut. Futternapf. Futternapf ist an einem ruhigen Ort. Katze kann in Ruhe fressen und scheint auch gut zu schmecken. Wird abgehakt. Guten Appetit. Katzenklo ist sauber. Eine Höhle zum Zurückziehen und zum Schlafen. Hier ist noch ein Schlafplatz und hier ist auch noch ein Schlafplatz. Schön gemütlich. Check. Also Spielzeug gibt's hier ja eine ganze Menge. Aber ich muss natürlich erst mal testen, ob das auch gut ankommt. So. Dann brauch ich jetzt wieder die Sibylle. So, Sibylle, sind eure beiden Katzen dann auch mal alleine zu Hause? Ja, sind sie schon. Aber nicht sonderlich lange. Eigentlich normalerweise so den halben Tag. Und am Nachmittag sind wir wieder da. Und dann wird wieder gespielt. Ja, aber dafür habt ihr ja auch zwei Katzen. Dann können die vormittags miteinander spielen. Genau. Super, dann kann ich Zeit auch abhaken. Super, Sibylle, ich konnte alle Punkte abhaken. Deine Katzen fühlen sich hier pudelwohl. Super. Jetzt müssen wir noch die Quizfrage auflösen. Wie nennt man Katzen, die auch nach draußen dürfen? Antwort A, Freigänger. Oder Antwort B, Freiläufer. Du weißt das bestimmt, oder? Ja, das sind die Freigänger. Ganz genau. Ich glaube, die Tanja wird ganz glücklich sein, dass die Nelly und der Nelson hier so gut aufgehoben sind. Das hoffe ich. Ich werde dir auf jeden Fall davon berichten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Miau. Servus.